UNTERTITELUNG Er sieht das? Ja. Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns in der Kinderchirurgie. Sie kommt aus Berlin. Von der Charité. Dann hat sich entschlossen hier bei uns... Wir haben uns schon vorgestellt. Wann? Übers Wasser. Wann? Bald. Sehr bald. Wirst du auch da sein. Ich warte auf dich in Dänemark. Sie sollten sich nicht so separieren. Kleiner Ausflug gemacht. Kommen Sie bitte. Ich hab' ein schlechtes Gefühl und ich kann's nicht erklären. Barbara... Lass mich nicht allein. Geh nicht weg. Wie spät ist es? Sollen Sie mich überzeugen? Wovon? Den Ausreiseantrag zurückzuziehen. Einmalen Energiebund im Einmalen Energiebund. Los Ángelha πä ça Visiert ф敬응 in der Folge.